Was sind AGB? AGB ist die Abkürzung für allgemeine Geschäftsbedingungen. Und diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind vorformulierte Vertragsinhalte, die du beachten musst, wenn du meinen Vertrag abschließt mit einer Versicherung oder mit einem Stromlieferanten, egal wo. Wenn du einen Vertrag abschließt, dann gelten immer dessen Vertragsbedingungen, die er vorher festgelegt hat. Können natürlich immer noch weitere Klauseln dazukommen. Die AGBs sind einfach nur die Grundlage dafür. Und wenn du die nicht akzeptierst, dann kannst du diesen Vertrag nicht eingehen. Ich hoffe, du hast damit keinerlei Probleme. Man nennt diese AGBs zum Beispiel übrigens auch das Kleingedruckte, weil die AGBs sind ja oft in Verträgen so winzig kleingeschrieben, weil es so viel Text ist, den man auf eine Seite unterbringen will. Und dann sind da manchmal so kleine Fallen drin. Also man muss wirklich immer die AGBs richtig durchlesen, bevor man einen Vertrag eingeht. Mach's gut, das war's für heute.